Hallo! Woran denkst du bei dem Wort Elektrizität? An Steckdosen und elektrische Geräte? In diesem Video möchte ich dir zeigen, dass Elektrizität nicht nur in der Physik und der Technik eine grundlegende Rolle spielt, sondern auch in jeder tierischen Zelle. Wenn es um Elektrizität im Zusammenhang mit Lebewesen geht, spricht man von Bioelektrizität. Es handelt sich dabei um ein komplexes Thema. In diesem Film wirst du mit den Grundlagen vertraut gemacht. Bereits im 18. Jahrhundert entdeckte der italienische Arzt Galvani, dass sich die Muskeln in präparierten Frosch-Schenkeln unter dem Einfluss von Elektrizität zusammenziehen. Seitdem wurde die Elektrizität im Zusammenhang mit tierischen Lebewesen diskutiert und erforscht. Heute weiß man, dass jede tierische Zelle gegen... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten, wenn du auf den Wegstuhl hast, Untertitelung des ZDF, 2020